... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier Sparaten sind mein Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach, Gettel? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen... Die Stadt Feindlinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalationen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter, von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich bewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Dann sind wir sehr wohl.